hier ist ein Affe. Hier rennt ein Affe rum. Das ist der Dominik, oder? Das sind Zweie. Oh nein, ich bin nur einer. Oh Scheiße, Leute! Ich geh mal ins Wasser. Ich hab mich jetzt im Wasser versteckt. Die sind ganz in der Nähe von unserem Lager. Ganz in der Nähe. Ich bin jetzt mal unter Wasser gegangen, auf Tauchstation. Ja, ich komm schon zurück. Wir müssen jetzt ganz schnell diese verdammten Dinger fertig bauen. Die rennt noch mit zwei, also jeder hat ein Gorilla. Und die haben noch mehr Zeug dabei. Könnten uns böse gefährlich werden. Ich glaub, ich weiß, was sie vorhaben. Ich seh nen Beam. Ja auch. Diese Rakete. Oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, ne? Ich auch, ich seh nix. Nee, ich hab mich verpisst, Alter. Die kommen da, die kommen da, die kommen da. Oder rennst du da unten rum? Ich renne unten rum, am Strand. Aber er ist alleine. Ja. Ja, aber ich will jetzt hier die, ich die nicht vor unserem Lagerparken. Das ist, glaub ich, keine gute Idee. Ja, dann müssen wir sofort, wo wir ungefähr sind. Parkt die hinter den Stein? Ja, gute Idee. Ah, jetzt ist es auch dunkel, ne? Ich scheiß mich nicht in die Hose. Ja, ich auch. Ah, ich steck mich fest. Okay, jetzt hab ich dran. Du hast das voll im Herzinfarkt versetzt. Ich bin das so. Die sind gleich in der Nähe und ist es dunkel. Ich bin ganz alleine. Ja, ich auch. Ich bin hier vom Lager und ich seh nix. Du bist nicht alleine, ich bin bei dir in der Nähe. Kann mich jemand vielleicht, wie ein Flugsaurier, wenigstens begleiten? Äh, warte mal. Shit, wie komm ich denn jetzt? Ah, die folgen mir noch. Scheiße. Die nicht? Also haben sie sich ja anscheinend. Ne, ne, ich mein die, ich dies folgen mir noch. Okay, Kagumi, ich seh dich. Mhm. Ich will nur den, äh, eben nur wegbringen hier. Dass er nicht so auffällt. So. Was, ich hab die Tür gefunden. Ich hab die Tür gefunden. Ja, danke. Ich hab die Tür gefunden. Ja, ich seh nix. Es ist arschtummel hier oben. Okay. Ich komm, ich komm, ich komm. Mhm. Alter Schede. Wir müssen ganz schnell hoch. Ja, die werden bestimmt hier gleich langlaufen am Strand. Da hinten ist ein Karlof. Oh. Ja, egal. Lass bitte zum Lager erstmal. Da muss man lang. Ja, komm mit. Oh, ey, ich dachte grad die Kommens hingegen. Das ist andern Stein gewesen. W-w-wärts paranoid. Nein, das ist so schlimm. Ich seh ich gar nichts. Ich folge nur der Schrift. Jemand noten am Strand. Nein, 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 nein. Nein, da ist niemand. So, also Perlenhammer, was brauchen wir denn jetzt noch für die Geschütze? Die müssen wir jetzt sofort machen, Leute. Wir brauchen noch Steine. Habt ihr jetzt genug Steine schon gesammelt? Oh, ja. Ja, was, was heißt so, ja? Wir brauchen knapp 4.000. Ja, ja, okay. Für was? 4.000? Ja. Ja, ich zähl mal. Also für einen brauchen wir 2.000 Steine, oder? Nee, für einen brauchen wir 7 Monate noch was. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 15, 15, 16. Lass erstmal, lass erstmal eins und den Ding fertigstellen. Das wäre erstmal wichtig. Ich weiß nicht, ob wir da schon genug haben dafür. Muss ich mal gucken. Ich setz mich jetzt mal an. 30. 3.000. Okay. Ha, ich wusste es. So gut, ich bin da. Ich hau jetzt erstmal die Perlen, ähm, kann ich sowieso schon mal einen Fabrikator reintauen, ne? Ja. Mach mal ein bisschen, äh, Dings, ne? Ähm, Cementing Pace. Mach mal. So, wir müssen das Ding jetzt ganz schnell... Wir müssen sowieso da noch einen Turm bauen und so. Alles ruhig. Haben wir noch einen Flugsaurier? Weil ich hab jetzt holle lol erstmal stehen gelassen, weil die Typen da waren. Ich glaube oben ist noch einer, ja. Weil sonst kriegen wir das Ding nicht drauf gesetzt. Ähm, so, jetzt ganz ruhig, ähm. Gucken, was wir jetzt brauchen. Also Strukturen, Elektronik. So, wir brauchen jetzt noch Zementpaste 50. Und Elektronik brauchen wir. Wie machen wir denn Elektronik? Dann mach ich das. Wenn ich merke, dass wie das geht. Äh, im... Einfach nur, ähm... Fabrikator. Genau, Fabrikator. Und dann Composition. Und dann Elektronik links. Okay, und... Das muss gehen. Das hab ich noch nie gemacht, Leute. Jetzt mach ich das auch endlich mal. Hier das Kabel muss man auch noch machen, oder damit wir das dann damit verbinden können? Irgendwie? Ja. Ja. Hm. Riffel. Ähm... Elektronik hier, also... Polymer mach ich auch gleich mal. So... um der hat sich nur noch die elektronik zu nennen die bau mit die zusammen 50 vor die 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 Mh 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 Ach der wieviel Perlen da draußen Der ist doch nice man Das hat sich echt gelohnt Das hat sich richtig gelohnt Wow Brautlich Woll ich dann Kabel legen oder würd ich das machen? Was? Kabel legen Das würde ich gerne auch probieren weil ich es nicht gemacht hab Ja Hast du schon Kabel hergestellt? Nee Dann mach ich das noch Wo finde ich denn die Kabel? Ah hier ich hab sie Kann ich hier einfach auch an der Hauswand hochlegen? Geht das? Die kannst du durch alles durch machen Okay Ich setz erstmal das Teil jetzt Dann guck ich mir an Also Die 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 Nee das ist falsch Also Strukturen So Defense Juhu wir können es machen Craft Item Aaaaaaah So Fertig Jetzt brauche ich einen Flugsaurier Jetzt brauche ich einen Flugsaurier Mach das Ding erstmal aus das nervt Dann baue ich Wichtigste von den Kabeln schonmal Flugsaurier Ist ja auch ein Flugsaurier? Ah hier ist endlich okay sehr gut Endlich So So Ich würde Soll ich das einfach in die Mitte platzieren? Kann der da noch schießen? Oder wie? Oder an den Rand? Boah Ich hab's auch Keine Ahnung Oh verdammt Ich hab's ganz kurz aufkam Das hab ich auch noch nie gebaut Ich weiß halt nicht ob der da noch schießt Weißt du wenn ich den jetzt Sofall mit dich baue Oder? Du willst den auf den Turm drauf? Ja natürlich Oder wie? Ja dann kannst du den in die Mitte platzieren Das reicht Okay Sooo gut Leute Mh 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 Ich versuche erstmal hier irgendwie zu landen Kann ich hier irgendwie abspringen Nein Das soll nicht funktionieren Endlich komm her Ja komm Du sitzt da mir neben dran hinten Du schwippst da mir in die Luft Oh das ist übert schwer Oh Was denn? Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Ah! Oh! Ja, ich schnapp ihn dir mal. Warte mal. Oh, wow! Ich hab ihn. Die Gabel schon wieder. Oh, der Gable. Gable oder Gabel? Aber Gable ist ja falsch. Ja, er war nur Level 6 so nackt. Egal, Leute. Ich hatte kaum noch Leben. Oh nein, jetzt hat er uns verraten. Jetzt hat er uns verraten, Alter. So ein Arsch. Scheiße, nein! Nee. Okay, ich muss das Ding ganz schnell ausstellen. Ähm, Kargo, kümmere dich mal um die Vorkabelung. Mach du das jetzt mal schnell. Hier ist der Schlucksauger. Jo. So ein Arsch. Ich hab Angst. Oh Gott, ich auch. Mama! Äh, äh, ich will wieder Waffe machen. Äh, schmiede, schmiede. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, da mal das Ding dahin zu setzen. Das Problem ist mit den Dinos, das ist eigentlich superassi, das geht. Die wird schwer damit. Äh, Orpens. Moment. Feierarms. Warum, weil ich runtergefallen bin? Das hätten die jetzt nie mitbekommen. Oh, schnapp wir jetzt nochmal. Die kommen jetzt gleich alle. Ja. Scheiße. So, ich hab das Ding gesetzt, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung, ob der hier funktioniert, hier oben drauf. Doch, das müsste funktionieren. Okay, ganz schnell vor Kabeln, ne Kagumi? Ja. So. Okay, so wird ein Schuh draus. Jetzt krieg ich. Dann muss ich das hier raus machen, das geht jetzt nicht anders. Doch, hier geht's auch. Okay. So, gut. Hoch. Und schnell jetzt Muni rein. Damit das Ding schon mal ein bisschen funktioniert. Auf jeden Fall ist schon mal ne Stromverbindung da. So, ich hab jetzt diese Advanced Rifle Bullets reingehauen. Ja. Wenn du jetzt ganz nah rangehst, dann musst du auch in Blausteben Bullets. Und dann die Anzahl, wie viele drin sind. Ah, 26, yo. Sehr gut. Range ist Medium, ich mach mal Range auf hoch. Ja. Ja. So, wir müssen ganz viele noch mehr Kugeln herstellen. Ich bin dabei. Ich mach ganz viel. Weißt halt nicht, ob der nur Spieler abballert. Oder auch... Äh, das kann man einstellen. Ich kann einstellen... Change Targeting to Only Players. Ja, das glaub ich so nicht, oder? Ja, damit die Muni nicht verschwendet wird. Change Range, high. So. Guck mal grad, ob hier irgendwo einer ist, ey. Guck mal. Achterolia! Ich hab' ne einen oder ein paar äh, in dem falschen Fall. Niemann. Guck mal ein haul! Mach mit Geld. Ich habe AREUGIUM, die Passatur! Guck mal Doma! Oha, mir das tro doctor, also ich hab' ne Gas Technon ... Prozessin soll aber wenigstens ordentlich spielen das ist doch ein Leben das ist also ich finde das richtig mehr weiß ich nicht und so ist sehr gut aber wir haben jetzt mal Action so Gerhardt sei ja zu sein und es will ich da gar nichts gegen anzuwenden aber den jetzt alle Infos durchzustecken finde ich es auch nicht so cool ja auch das finde ich an sich nicht schlimm weil er sich hier erkämpft was soll nicht sich danach daneben stellen nichts tun und nur im Prinzip die Information rausgibt jetzt gilt es allein dass diese ganzen Koordinaten jetzt durchgibt und das alles wissen schon hat ich hoffe er gibt es nicht weiter durch natürlich wird das nicht sagen das wird die Hälfte müssen zu vernunft gekommen er war wahrscheinlich Pilz weiß nicht nur so gekillt hatte Prozent Prozent er trifft er nicht mal ein Daumen nach oben ich meine ich werde sowieso dann irgendwann die Folgen raushauen und dann wissen die Leute wo wir sind aber bis dahin hätte ich das Lager noch ein bisschen mehr gesichert ich habe kein Problem damit das wenn das alle wissen Prozent wenn das ein bisschen mehr gesichert ist das musste jetzt nicht sein das war jetzt ein bisschen fies eigentlich so da müsste halt der zweite Turm gemacht werden, ne? Jo, ähm, ja wichtig ist erstmal nur feststellen, man kann das erstmal so aufs Dach drauf stellen, das ist auch kein Problem. Der Turm, Turm ist nicht so wichtig. Eigentlich stimmt das, ne? Das wir den, ähm... Wow! Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen wahrscheinlich nur Eisen, ne? Ne, du kannst den zweiten schon bauen. Ah, sehr cool, ok, dann mach ich das. Das hört mir nicht zu. Du hast übrigens noch deine, äh, Sauerstoffrüstung an. Hahaha. Wie gut, dass du mich drauf hinweist, Alter. Ich tolls gleich mal alles aus hier. Ah, das ist der zweite Turm. Jetzt haben wir 66 Moni. Ah, hast du Eisen gefahren oder so? Sonst muss ich das gleich nochmal machen. Ja, ich ne. Da fällt das durcheinander wie in so nem... Ja. Ja, das ist echt krass jetzt gerade so. Das ist ganz hier wie die kleinen Kaninchen, wenn gerade irgendwie angegriffen wird. Keine Ahnung. Komikumser Vergleich gewesen. Äh. Ja. Aber das läuft echt gut. Hm. Ich überleg' jetzt gerade, äh... Ich freu' mir. Ich haus'... Ja, ich haus' auch auf die Seite erstmal, weil wenn die Ange attackiert werden, dann von hier. Ja. Warte. Immer weg. Was denn? Stress mich nicht. So, guck mal hier, ich hab's jetzt hier in die Ecke rein gesetzt. Hm, ja, warte. Ja, das geht in Ordnung. Kann ich gleich machen. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Ich muss wohl mal ausprobieren. Äh, weißt du... Du weißt nicht, wie das geht? Ich glaube, ich kann es mir denken. Okay. Ich kann es durch die Wände einfach durchziehen, ne? Genau ja. Und nein, das hat es den Flugsaugier nicht mitgenommen. wir sind hochgekommen mit dem Flugsau hier von Kraft schneller da ist jemand ich hab mich gerade voll in die Höhe geholt nein, 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 nein äh, das Problem ist ja Flugsau hier, ähm, Moment, ich mach mal voll los auf der Kommt runter okay, kommt runter so so, jetzt geh ich nach unten mit Mr. Bigfoot die checken jetzt alle, wo wir sind die checken jetzt alle auf Lippo wurde gekillt Level 90, ach du Scheiße das ist ein Kugfisch ja, ja, das ist ein Adler ja, bloß gut, dass wir, aber eigentlich müssen, wir brauchen mehr Kugeln habt ihr schon die Kugeln reingehauen? äh, die sind in der Schmiede ja, das ist, ich hau die mal rein, schnell ja, mach mal wobei eigentlich wär's, äh, äh, Moment oh nein, keine Simple Rifle Ammo wie hier? wir brauchen die Assault Rifle Ammo, oder? das ist ein Assault Rifle das ist ein Assault Rifle Ammo nein, das sind die einfachen, das ist die Prämie das ist, äh, oh nein ja egal, dann jetzt, äh, wir müssen aber nur mehr Muni machen, wir haben nur 26 Schuss, da geht nicht viel damit das ist ein Assault Rifle Ammo hä, wo kann man die denn machen? in der Schmiede, äh, äh, Publikator oh nein oh nein was braucht man denn jetzt gar nicht, oder? wenn man nicht online kann Sammler einfach, äh, jaaaah Dough, weiß Cheese Pulver, ah, die sind gar nicht so schwer zu machen ja, ich, ich mach schon ich will jetzt da unten ich check jetzt da unten mal aus, wo der Typ ist das war nämlich der, der Pizzaboy Pizzaboy so, ich nehme die mal, ich hau die schon mal rein, ne?